Musik 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 Was ist das machen? Ja gut, dann Ich wieder switche du, warte mal Oder war switche du des Hey wie cool, hast du grad gesehen? Ne Dieser kleine Pilz auf dem Kopf von Mashomon ist grad um ihn herum rumgelaufen, so rumgetanzt Ich hab ihn Gut Ich hab auch nächstes mal Booster drin Muss man ja dazu sagen Boah wow Ja, nicht so wie sonst F2 Zack 30 Bin ich bekommen, äh bekommen, einen noch Einen so einen kleinen Den Hau mal so einen kleinen Ja Nächsten Okay, noch einen, dann hab ich Ah so Jo, hab ich Sehr gut, danke Jetzt kannst du Erstmal Channel Null Sieben Ja so geht das, so sollte man leveln Und nicht hier im Klima Und so machen wir das nächste mal direkt von Anfang an Dann könnt ihr euch da reinziehen wie das sonst Ja ok, dann haben wir aber kein Content mehr Und wir haben da keine Hobbys mehr Alles ist scheiße So du kannst Warte Jetzt Jetzt Wow, der kann ja mal nichts Der kann mal gar nichts Mach am besten Outwits nur So schnell wie der Attack Leute Der ist ein Purer Auto-Attacker, ne? Jo Der hat, äh Auto-Attack von, äh Attack-Speed von 1 Ja Er ist ein mega Hammer-crank Ja, so wie, äh Dingens Und? Wie viel brauchst du, wie viel hast du? Ich hab 85% Gut, dann hau mal eins an Töte es Ups Ja Noch ein paar Einen noch Ups Cool Igelklau hab ich jetzt bekommen Sehr gut Wir können weiter Weiter geht's Das war's So schnell geht das Ja, aber von Level 31 aus geht's dann hier scheiße Äh, leider nicht Genau Bei NTC, da zählt's dann, das dauert zu lange Oh, zu lange Vielleicht bis 35, aber dann wird's wieder so Mäh Mäh Genauso wie jetzt hier, dann könnte man nicht auch die selber killen schon fast Genau Bist schon so langsam Was sagst du mir? Was sagst du mir? Mhm Du hast 2% drin oder so, ne? 2 3% Ja, 3% Hast du schon Dingens gemacht? Was? Na, fuck Ich hab die Ey, ich hab die letzten Tage gar nicht, ähm, hier gezockt, also hier Ich auch nicht Bequests da gemacht Ich bin immer noch bei 25 Coins oder so Same Hehehe Bitter 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 So, jetzt zieh doch mal deinen Hammer raus hier Boah, du Boah, der sieht geil aus, der Skill, ja Ja, ist schon cool Mein Gott, töte es Mein Gott, töte es Das kann doch nicht so schwer sein, jetzt drück den die F1 und gut ist es, Alter Okay, hast du die F2, ist cool, dann ist gut Loll, wie er meint, stealt Small Boah, er hat dich getroffen, Alter Boah, er hat dich getroffen, Alter Boah, er hat dich getroffen, Alter Jeder, jeder P-Silk wert, ohne Spaß Komm schon Jetzt treff ihn Du Missgeburt Geht doch, Alter Hat ja nur 8 Jahre gedauert, jetzt Boah, ich schmeiß mal jetzt die Devimon Seals weg, ne Nein Hehehe Nein Ich wag es dich, Fräulein Du gehst direkt in den Keller Immer mach Bam Kannst du mal langsamer killen, ey Ja, treff nicht, ist okay Bam Irgendwie gibt es hier nicht genug Viecher Ne, die Cherrymons sind leider Spawn richtig Mangelware Egal, ich hau jetzt ein paar kleine So Wenn er mal trifft Triff Hau die F2 raus, du Bastard Hehehe Da kriegst du schon fast so Emotionen wie beim Clonen, Alter Aber das ist nur noch für einen Bug zur Zeit, dass du die Skills selbst so einen Lag haben Bam 32 Gib ihn jetzt aufs Maul hier Schnauze voller So Nochmal treffen Komm schon Komm schon Papa, dich lieb Komm schon Ja, du schaffst das Der Baum ist so klein, den triffst du auch Dankeschön Meine Güte, ey Heißvie, ne Das ist auch noch kacken hässlich Hast du die letzte Zeit den ganzen Diablo noch gezockt? Ja, ne? Ich bin, äh, ich bin jetzt gerade im Barb am Equippen Ah, zockst du im Barb? Was für einen? Ja Ähm, Dings Normalen Die Hüpfe? Ohne alles Einfach nur erstmal Sachen bekommen Ja, ne, ich Ich mein, hast du dir schon vorgestellt was du machen möchtest? So den Hüpfer-Baden Ich glaub ich will diesen, dass wir diesen Ödlandes-Set machen Also denselben den ich hab Keine Ahnung Whirlwind Genau Oh Oh Wieder jemand der klaut, weißt du, ja Ja Ich find das nur so übel stark mit den zerfleischen, weißt du 500% mehr Damage da Ist nicht so viel, ganz ehrlich Wenn du hinterher die Tornados machst, ne Durch den Dingens, durch den Wirbelwind Da kommt dir das zerfleischen wie ein Witz vor Ist nicht so abartig wie Ja, aber es ist einfach nur krass wie Overpowered der Barb ist, weißt du hast zwei Ödler an das Set, ne Und hast du sonst nichts an der Krippe, ne Bist richtig low, hast vielleicht sogar noch 60er Krippe an, wie bei mir gerade, ne Ne Waffe die scheiße ist Aber du hältst erstmal durch den Barb übelst viel aus, ne Ja Takey as fuck Kannst erstmal in die großen Rifts rein, ich war glaube ich 15 plus oder sowas drin Und hab den sogar noch Damage gemacht mit der Scheiße Ja, das geht gut, klar Treff ihn jetzt da Komm schon Jetzt hat Nochmal Nochmal Schön So Meteorenflügel oder so Shadowing 33, Mama Putz 6 von 8, der macht 1400 Damage ungefähr Auf Maximum Oh boy Jetzt die Kuckel wie Starter-Ding, jetzt brauch ich nur noch Tentumon Tentumon ist so ein Vieh, das würde ich sogar behalten Äh, ja ich habe es gelöscht, weil es, ich glaube 4 von, 3 von 5? Ja, ne, war 4 von 5, aber ich hatte keinen Bock den weiterzuleveln Weil Herkules Caboteremon irgendwie Ne Ja Er ist mal Und den dann bis 65, damit der dann Tyrant Caboteremon kriegt Ah Also ich glaube ich mache Dubs Ja, ich werde es jetzt auch Tentumon eigentlich nur wegen den Dings, ne, wegen Enzyklopädie Ja, ich will es jetzt ja auch machen bei jedem für Enzyklopädie Fuck, und ich habe Dingens gelöscht, ne Was? Ich habe gerade Goblimon gelöscht Warum nicht? Ja Jetzt hat man mega gelöscht, ey Ja, ne, ne, Kommandramon wird nicht gelöscht Akadimon? Den habe ich noch nicht gelevelt Warum? Ja, aber den brauchst du nur Evoluta machen Und dann kannst du ihn löschen Reicht, du brauchst nur die Evoluta Du brauchst nur die Stufen freischalten, das war's Echt? Ja Gut, dann lösch ich den gleich Da habe ich noch einen Extra-Extra-Slot Extra-Slot Extra-Slot Ich habe noch Carmemon auf dem Storage Aber ich glaube ich lösche den doch Ich weiß nicht, ich hatte den schon, ja Ich habe noch 3 von 5 Carmemon, glaube ich Ich habe noch 2 im Inventory Ich habe diese Dinger, die noch weitergehen, weißt du? Jo Ja Mach zu Genau, was willst du damit? Das ist nun mega und bleibt nun mega, fertig Glaube ich lasse aber trotzdem die Eier da Falls mal irgendwann so ein Burst-Mode für den rauskommt Kann gut möglich sein Ja, aber Carmemon kannst du auch aus dem Dingens holen Ja, aber kostet auch noch Eier, ne? Ne, der kostet doch auch noch, ne kostet ja 300? 300 Coa kostet, ja Ja, aber die Dingens nur 100, ne? Ja Ja Die Chess-Mode-Viecher da Ich habe letztens noch nachgeguckt Ich wollte mir schon einen sich eins holen Hast du mal gemacht, ey Ja, vor allem kosten die wenig, äh, Data, ne? Das ist halt wie ein Rock-Data Kannst du auf jeden Fall machen Ja gut, ich würde sowieso ab 3, würde ich sowieso, äh, mit Mid-Data versuchen Ja, natürlich, Alter, dann kommst du nach Digicore Mit so viel Dingens, äh, äh, Klone holen, ey Eigentlich würde ich sogar noch mit einer Dings arbeiten, mit einem Hedge-Back, aber ich habe leider keinen mehr Ne, das wäre zu viel, ganz ehrlich Also ich habe das bei Kennelmon zum Beispiel gemacht, habe ich mit Hedge-Back abgearbeitet Den ich jetzt gelöscht habe, also war es useless, aber also, YOLO YOLO Ja, die hast du noch aus dem Event gehabt, ne? Mit PIO Genau Piotmon Jetzt! Wertmon Oh, danke, danke Kein Ding Nimm doch das andere Weißt du, anstatt du das nimmst, was ich schon an der Stelle gespawnt ist, weißt du? Nee, erstmal einen halben Kilometer rennen Ja, so ist das nämlich Ja, den Pyron zeigen, dass du laufen kannst